Hallo, hier ist Herbert Herrmann, der Immobilienmakler von Leinfeld-Echterdinge. Ich bin heute in Nöttinge-Ober am Rheinplatz 1. Da gibt es ein Hochhaus, oben im siebten Stock, 100 Quadratmeter Wohnung zu vermieten. Und da gehen wir jetzt mal miteinander hin und werfen Sie da mal einen Blick rein. Sieben, Tür auf. Hallo, ist es gut? Gehen wir mal hinten rum und gucken, was da los ist. So. Und da sind wir auch schon drin. Ein hier, ein Flur, ein großer Schrank. Und dann gibt es da hinten, um die Ecke, einen Abstellraum. So, und geradeaus haben wir das Wohnzimmer. Gut groß und vorne, wie ihr euch dann seht, das Fenster. So, gehen wir gleich mal raus auf den Balkon. So, das ist der erste Seite Balkon. Oder hinten rum gucken. Sehen wir ganz schön weit. Sonnen sind weg, hier geht die Sonne runter. Und der Balkon sieht dann so aus. Mal rüber. Und dann von der anderen Seite. So. Also, und dann wieder rein hier ins Wohnzimmer. Da können wir gleich ums Eck rum. Hier geht es nämlich in die Küche. Küche und Essbereich. Da können Sie hier einbauchlich nachstellen. Oh, da wird es ruhig. Wenn Sie hier einbauchlich nachstellen und anfangen zu kochen. Auf dieser Seite kommt der Herd. Und das ist jetzt nochmal die Küche von der anderen Seite. Hier auf der Seite rum geht es dann gleich rein in das eine Zimmer. Wir kennen das Zimmer. Nicht so riesig. Das andere ist der Balkon. Auf der anderen Seite gehen wir nachher kleiner rum. Zimmer Nummer eins. Oder Zweifel mehr. Der typische Wohnzimmer. Dann raus durch die Küche. In der Flur. Da vorne sind wir reingekommen. Vorhin hier. Da ist der Eingang. Also, Küche. Ups, da geht die Tür schon wieder zu. Und dann rüber ins nächste Zimmer. Nach Weste ausgerichtet. Auch wieder ohne Zugang zum Balkon. Das ist für Kinder ganz gut. Da können Sie nicht einfach so raus. Und dann wieder zurück zum Flur. Und rüber das vierte Zimmer. So, das vierte Zimmer hat jetzt Balkonzugang. Und das hier ist der gesamte Balkon. Also, da können wir runter gucken. Da unten geht es in Garage rein. Und da unten drunter ist Garage. Und vorne die Außenstillplätze. Dann hier die Fensterkont. Wenn wir da weiter gehen, drüben. Da steht schon der Nachbar. Okay. Also, gehen wir da wieder rein. Nachbar von der Andachseite. Und dann raus den Flur. Da gibt es ein Bachsböcke drauf. Und dann werfen wir einen Blick ins Bad. Bad ist ja das Modell. Schauen wir mal etwas raus. Warte mal. Waschböcke. Und da hinten. Da ist dann noch, glaube ich, ein Herzchen drin. Oh ja. Ja, da ist dann noch ein Herzchen drin. Irgendwie. Nichts Besonderes. Also, Zimmer Nummer 4. Zimmer Nummer 3. Durch die Küche. Zimmer Nummer 1. Äh, Zimmer Nummer 2. An der Essbereich. Rüber ins Wohnzimmer. Und dann sind wir auch schon durch. Hier noch einmal. Auf der rechten Seite ist dieser Abstellraum drin. Und hier geht es dann wieder raus. In den Flur. Und hier kann man Fußball zugucken. Da kann man Fußball zugucken. Das ist ganz schick. Drüben ist Altbach. So, jetzt sind wir durch. Sie haben die Wohnung angeguckt. Für den Fall, dass sie Ihnen gefällt, ist unter myE-Mail. Ist ein bisschen mehr kurze E-Mail, dann können wir was vereinbaren, dass sie sich da mal angucken. Dankeschön.